Musik Günther war nun einmal der Allerbeste von uns. Auch wenn es manche Neidhammer nach nunmehr 60 Jahren immer noch nicht wahrhaben wollen. Es ist und bleibt eben eine Charakterfrage, ob man verlieren kann mit Anstand oder nicht. Hier zeigt sich der wahre Charakter des Menschen. Seit geraumer Zeit, dass wir uns einmal im Jahr im Geselle Jahrhunde hier treffen. Und der Stand unserer allgemeinen Fitness wurde mit folgenden Worten nochmals ausgedrückt. Pressetermine sind eben immer umwerfend. Und dieser Leistungsträger früherer Jahre fiel tatsächlich um. Herzlichen Dank. Zum Empfang wurden kleine Häppchen gereicht. Als Vorspeise gab es dann schattischen Wildlachs und niemand fiel um vom Stuhl oder gar aus der Rolle. Diese Personenbilder bleiben ohne Namen, um nicht die Neidhammer und Umfaller gar beim Namen nennen zu müssen. Er hat diese Vögel sowieso für die Zukunft genauestens im Auge. Und das Bergische Heimatlied ist der ideale Background für Lebenssprüche meiner Tischtenniskameraden grauer Vortage. Spruch 1. Heute ist der schönste Dienstag dieser Woche. Spruch 2. Meine Mutter, das war eine geborene Reichsbahn. Man konnte es in allen Handtüchern lesen. 3. Ich fall gleich um. Spruch von letzter Woche. Ungemeine Situationscomic. Und der letzte Spruch. Ich arbeite nicht für Geld. Ja, wofür denn? Nur für viel Geld. Naja, dann Mantau. Ich bin ganz.